Kann sich mal verpissen, Alde? Was geht, na? Alde! Okay, Freunde, ähm... Ich hab mir da jetzt mal was angeguckt. Pass auf, wir probieren das jetzt mal. Ob das wirklich so einfach ist, wie es mir jetzt gerade beschrieben wurde. Ja, jetzt musste ich mal kurz Hilfe für dieses Spiel in Anspruch nehmen, aber äh... Äh, weißt du Bescheid. Ich glaube noch nicht daran, dass es funktioniert, aber okay. Ich lasse mich gerne immer von Gegenteilen überzeugen. Es funktioniert tatsächlich, ey. Wie soll ein Normalsterblicher da drauf kommen, bitte? Okay, achso. So. So, machen wir das mal auf. Jetzt können wir zumindest mal... ...hier rein. Yay! Geil. Sag mal. Hey, gut. Raff! Ach ne, das war bei Banker. Banker war immer... Banker! Jetzt hab ich das so oft gemacht, jetzt hat es schon fast gar keinen Sense mehr. Weißt du? Banker! Ja. Ja, sehr schön. Moment, ich darf nicht vergessen, hier steht ein Glas auf dem Tisch. Geil. Ja, okay, das sieht schon mal wieder sehr gut aus. Gut. Wasser. Finde ich nice. Finde ich nice von dir. Beste. Beste. Der letzte muss sitzen. sehr gut sehr sehr gut wieder mal was getrunken und es geht auch zum dritten versuch schon 150 coins losgeworden sehr gut sehr sehr gut gut okay finde ich jetzt ganz gut so wir haben das mini game clear shit haben wir noch den roten schlüssel noch gut okay jetzt müssen wir uns flach machen flach liegen hätte jetzt fast gesagt aber wir müssen uns flach machen weil zum minigame kommen wir nur indem wir flach sind soll das allerdings auch funktionieren es hat schon mal gut funktioniert aber ich glaube ich weiß wie es geht hey gut die einzige lösung die wir haben besser so jetzt ist eben halt noch mal ganz hoch da müssen wir uns halt mal kurz piken lassen da müssen wir rein das nächste offene ding ist das ist genau wir müssen jetzt einfach dasselbe machen was schon oben gemacht haben genau so möchte ich mal nur hoffen für alle beteiligten ja das ja hier die rote truhe hinter ist nach ich weiß nicht genau was jetzt hier bringen soll ach wir holen die coins fürs mini game wieder rein wir haben die rote truhe ich habe zu wenig getrunken heute ich merke es ganz deutlich wir haben einen faden weiter haben wir einen faden bekommen oder ist das ein faden was ist das fünf münzen alter geil ach ein blasebalg boah dass wir die animation noch mal sehen alter boah say what pool of rain auch noch na geil so wir fragen jetzt aber trotzdem erst noch mal den tempel wo wir hin sollen weil der muss es ja wissen ne ich zippe auf bank of the bright river na super ich hatte recht na wer hatte recht wer ist der pro wer ist der plow wer ist der plow wer ist der po so guck mal jetzt können wir nämlich super geil ja super können wir hier drüben rein und hier gibt es regen und hier gibt es eine fledermaus zumindest einen schwarm kann sich mal verpissen halte so und ich demonstriere kurz wir können hier nicht durch weil jeder weiß natürlich wasser ist das tödlichste was ist für lol what has happened ok alright so wir haben den roten äh den roten wir haben den blauen schlüssel und wir haben dich zerstört sozusagen und hier gibt es wieder einmal äh ok wir müssen hier brennen wie sollen wir denn hier brennen sorry bro wie sollen wir brennen hier drüben ach du scheiße oh ne freunde holen wir uns erstmal die münze dann ist alles gut sag nicht dass uns die fledermäuse davon abhalten zu brennen sag's bitte nicht äh oh why oh why oh why ich hier irgendwo nochmal ein wassertropfen weiß äh ach du scheiße schnell verdammt zwei beschissene schwärme weißt du ja das hat sehr gut funktioniert ach ich bin nur begeistert von mir selbst na das wird ja traumhaft hier Moment wir können doch kurz hier bleiben oder? schnell ach fuck ey stop noch nicht jetzt oder ist hier oder ist hier etwas kaputt machen vielleicht doch nicht so gut die Idee doch ach Freunde ey was was sollen die scheiße ich hasse brennen ist wirklich der Status in diesem Spiel den ich zumeist hasse und äh ey seriously seriously ach jetzt müssen wir diesen Gesteinsbrocken hier nein darauf erstmal ein Schluck rein alter na das wird ja jetzt richtig episch ja geil ach muss ich jetzt wieder 10.000 Jahre weggegeben haben? ok Freunde mir krabbelt die Nase oh scheiße ey scheiße scheiße gesagt alles nur nicht die B-Taste so und jawolle wir haben die erste Stage geschafft sehr gut sehr sehr gut jetzt ist wirklich mal Contenance gefragt wollte ich sagen und wir schieben den Stein mal eine Runde hier in unsere Richtung weil der gefällt mir älter nicht so wie er da steht jetzt habe ich den Stein nur noch mit meiner Flamme zerstört gut 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 dass er wieder da ist finde ich nice so geh mal her jetzt werde ich es euch nämlich mal zeigen ich werde es euch jetzt zeigen so muss es nämlich sein freunde so und losi so sag nicht äh der Tropfen kann uns durch da hätte ich jetzt aber gekotzt ey aber richtig gekotzt hetsch so dann machen wir auf das Ding währenddessen schenke ich mir nochmal ein GtF natürlich nur Wasser mit etwas Kohlensäure Medium DUTUTUTU WTF ist das Warte so wir drücken die A-Taste haben 2 Münzen gesammelt und was ist nun am laufen aha Schön, dass es uns was bringt. Finde ich gut. So, Pool of the Rain. Oder Pool of Rain, so hieß der Level, ja. Glaube, ich kommt jetzt. The Pool of Rain. Bin ich nicht einfach gut? Wer ist der Plo? Jaja, ich weiß. Das ist ein Spruch von German Let's Play. Ich weiß doch. Ich weiß. So, wo haben wir den Pool of Rain? Da wären wir andersrum, aber irgendwie besser gekommen, habe ich das Gefühl. So, was fehlt uns noch hier? Die blaue Truhe, natürlich. Gut. Was hatte sich hier verändert? Irgendwas im Wasser. Gott, so weit ist es schon her mit mir. Ach, ja genau, ein Glas. Ein Glas, genau. Gut, dass das funktioniert hat hier unten. Äh. Ah. Hier sollten wir richtig sein. Haben wir hier schon den Boss besiegt? Ah. Hau ab da. Was wollt ihr alle von mir? Was ist hier nun los? Pisst euch doch mal. Hä? Was ist denn das hier? Hä? Was ist nun los? Hast du das gesehen? Äh. Ja, Moment. Ich hatte gesagt, Moment. Was hast du denn? Moment. Ich hab' dann nur... Bist du. Nein, da wär' der blaue Schlüssel gewesen. Verdammt. Gut, wir wissen schon mal, wo der blaue Schlüssel ist. Wir wissen allerdings nicht, wo die blaue Truhe ist. Ist so ein bisschen das Problem jetzt dran. So. Okay. All right. All right. All right! Bitch, please. Bitch, please. Bitch, please. Bis zum nächsten Mal.